Müssen wir pragmatischer werden, wenn wir die Welt verbessern wollen? Das ist eine Frage, die auch ich mir schon oft gestellt habe. Und ich bin mir sicher, dass sie sich nicht so leicht beantworten lässt. Es kommt immer auf die konkrete Situation an, in der man abwägen muss, wie viele Zugeständnisse man machen muss und wie viel man mit ein wenig Kampfbereitschaft vielleicht doch herausholen kann. Die Zeitjournalistin Jasmin Mbarek ist da, zumindest im Moment, anderer Meinung. In ihrem Buch »Radikale Kompromisse«, warum wir uns für eine bessere Politik in der Mitte treffen müssen, vertritt sie die These, dass wir weniger idealistisch sein müssen, um politisch mehr zu erreichen. Was auf den ersten Blick vielleicht nach einem klassischen liberalen Aufruf zum Füßestillhalten klingen mag, ist in Wirklichkeit komplizierter. Denn in ihrem Aufruf offenbart sich ein ganz grundlegendes Problem in der Frage, wie wir Politik überhaupt verstehen. Warum wir in Wahrheit dieses Politikverständnis ablegen müssen, um zu einer wirklich pragmatischen Politik zu gelangen und warum sie trotzdem mit ihrer Kritik an der Linken nicht immer falsch liegt, zeige ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu Feine Welt. Die Journalistin beschreibt in ihrem Buch grundsätzlich ein richtiges Problem. Unsere Gesellschaft steht vor riesigen Problemen. Problemen, die wir wohl nur lösen können, wenn wir mehr als eine kleine Minderheit von einer Politik zu ihrer Lösung überzeugen können. Während die Parteien des politischen Zentrums erst gar kein solches Programm haben, mit dem diese Probleme wirklich angegangen werden könnten, schafft es die politisch Linke nicht, Mehrheiten davon zu überzeugen, was sie mit dieser Gesellschaft vorhat. Doch nun kommt natürlich die zentrale Frage. Woran liegt das? Und hier behauptet Embarek nun etwas, das ich nicht für richtig halte. Sie erkennt das Problem in kleinen, aber lautstarken und vor allem radikalen Minderheiten, die den Diskurs an sich reißen würden. Beziehungsweise irgendwie auch nicht. Denn einerseits schreibt sie, dass Ideologen den Diskurs bestimmen würden. Ihre, Zitat, Kompromisslosigkeit zieht sich neuerdings durch alle Debatten in Deutschland wie eine rote Schnur. Andererseits schreibt sie aber knapp 50 Seiten später, dass die pragmatischen Verantwortlichen de facto eine höhere Deutungshoheit besitzen. Wenn ich alles gebe, ihren Punkt hier wirklich zu verstehen, gehe ich davon aus, dass sie die politische von der kulturellen Sphäre trennen möchte. Während die verantwortungsvollen Pragmatiker, also die Politik der Wirklichkeit bestimmen, schaffen es die lauten Ideologen den Debattenraum zu prägen, ohne dass sie aber real etwas bewirken würden. Jetzt könnte man fragen, wieso es dann überhaupt ihren Beitrag braucht, wenn die Ideologen sowieso nichts zu melden haben. Aber hier kommt der Coup. Denn im Herzen ist Embarek natürlich eine Linke und will ja eigentlich das Gleiche wie wir Ideologen. Eine progressivere Politik. Denn man muss ihr ehrlich zugutehalten, dass sie der Hufeisentheorie laut der Rechts- und Linksextreme eigentlich das Gleiche wollen, eine ehrliche Absage erteilt. Wenn sie also über Ideologen und Kompromisslose spricht, meint sie die Linke, die einfach nicht vom Fleck kommt und nicht die erfolgreichen Rechtsextremen. Doch auch hier muss man sich fragen, ob sie nicht genau diesen Aspekt für ihre Argumentation braucht. Denn wenn ihre These, dass radikale Politik nichts bewirken würde, grundsätzlich stimmte, wären die Rechten der letzten zehn Jahre nicht ein perfektes Gegenbeispiel dafür? Vielleicht könnte man erwidern, dass auch sie nur durch ihre Tarnung als Bürgerliche Erfolge feiern konnten. Doch wäre das dann ein Argument der Form und nicht wie bei ihr eine Kritik des politischen Inhaltes. Denn ihr Argument bezieht sich gerade darauf, dass man mit Maximalforderung bei der breiten Bevölkerung nicht ankommt. Ein Beispiel von ihr lautet, dass man etwa den überaus beliebten Kapitalismus nicht wird abschaffen können, da die Menschen ja hellauf begeistert hinter ihm stehen. So schreibt sie, Leider gibt sie für diese These keine empirische Evidenz, ja nicht einmal ein wenig anekdotische Evidenz an. Und wenn wir uns Umfragen zu diesem Thema anschauen, wird auch recht deutlich, dass sie diese Evidenz gar nicht hätte finden können. So heißt es bei einer Umfrage der wirklich nicht unter dem Verdacht linker Neigungen stehenden FAZ, volle 55% der Deutschen sind der Meinung, dass der Kapitalismus in seiner jetzigen Form mehr schadet als hilft. Hier ist ihre Argumentation also ein bisschen unsauber, aber damit haben wir noch kein theoretisches Argument gegen ihre These gefunden. Theoretisch würde ich vielmehr versuchen, noch einmal ihr Ausgangsverständnis von Politik zu verdeutlichen. Denn sie naturalisiert die Verhältnisse, wo sie nur kann. Das heißt also, sie geht davon aus, dass gesellschaftliche und politische Verhältnisse in Wahrheit Natur gegeben und damit unveränderbar sind. So etwa wenn sie die Menschen einteilt in die Idealisten, die Realisten und die Stagnierenden. Die hätte es alle schon immer gegeben und die würde es auch immer geben. Es gibt also bei ihr auch keine gegenteiligen, vielleicht sogar materiellen Interessen, die dafür sorgen, dass manch einer sich das Wahlvolk möglichst resigniert wünscht. Nein, es ist halt einfach so. Und so ist es für sie auch gar kein Problem, dass ein Großteil der Menschen sich seit Jahren nicht für Politik interessiert. Denn das ist einfach so. Es kann ja nicht jeder was mit Politik anfangen. Leider kommt sie dabei nicht auf den Gedanken, dass es gerade ihre Politik der Kompromisse ist, die einerseits die zunehmende Resignation, andererseits aber auch die zunehmende Ideologisierung der Menschen befördert. Und so sieht sie auch kein Problem darin, dass die regierenden Parteien in Berlin den expliziten Wunsch der WählerInnen nach der Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne ignorieren. Denn es sei ja alles, wie immer, Zitat, viel komplexer, als man glaubt. Und darum hätten die Parteien mit ihrer undemokratischen Ignoranz, Zitat, nicht so unrecht. Das ist ein bisschen so, als würde ich ein Buch darüber schreiben, warum die Zimmerpflanzen meiner Freunde nicht immer so hängen sollen, gleichzeitig aber Verständnis für diejenigen äußere, die sie nicht gießen. Anders gesagt, wenn die herrschenden Politiker mit ihrer Politik keine Verbesserungen bringen und immer nur neue Gründe finden, warum sich diese und jene Verbesserung nicht durchsetzen lässt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die einen keinen Bock mehr auf Politik haben und die anderen sich neue politische Erklärungen und Lösungen suchen. Aber es ist natürlich trotzdem ihr gutes Recht, diejenigen dann wieder zum Finden von Kompromissen aufzufordern. Und zwar ihr zufolge zu ihrem eigenen Besten. Denn, so schreibt sie, Die realistische Mitte sorgt im besten Fall dafür, dass ein Kompromiss gefunden wird, der uns voranbringt. Auch keine Lösung zu finden, ist ein Ergebnis. Dann geht es weiter wie bisher. Auch wenn das natürlich ein bisschen was von Erpressung hat, hat sie natürlich auch irgendwo recht. Wir müssen die aktuellen Machtverhältnisse erst einmal anerkennen, wenn wir etwas verändern wollen. Aber ich glaube, was sie nicht versteht, oder zumindest in ihrem Buch nicht benennt, ist, dass es einer wirklich progressiven Politik nicht darauf ankommt, innerhalb gegenwärtiger Machtverhältnisse das ein oder andere Reformchen durchzuboxen, sondern, dass es darum geht, die Machtverhältnisse selbst zugunsten der breiten Masse der Menschen zu verschieben. Wenn sie davon ausgeht, dass das schlichtweg unmöglich ist, dann darf sie das denken. Auch wenn die Geschichte immer wieder zeigt, wie schnell sich politische Möglichkeiten eröffnen können, die kurz zuvor noch undenkbar waren. Insofern ist sie selbst ein Kind der Alternativlos-Politik der Merkel-Jahre. Sie denkt, dass alles von Realpolitik bestimmt ist, und darum müssen wir uns eben einfach damit abfinden. Ich stimme ihr vollkommen zu, dass es eine pragmatische Analyse der Machtverhältnisse und der politischen Möglichkeiten braucht. Aber ich halte ihr Buch für einen Rundumschlag gegen all jene, die für eine bessere Welt kämpfen. Sie vergisst dabei auch, dass die Politik der letzten Jahre ja selbst radikal war. Nur eben zugunsten einiger weniger und zugunsten der Zerstörung dieses Planeten. Ich habe also das Gefühl, dass man nicht unbedingt den Schluss zieht, die pragmatische Realpolitik wäre die Lösung unserer Probleme, wenn man ihrem Aufruf folgt und sich mit den tatsächlichen Machtverhältnissen auseinandersetzt. Sondern, dass man vielleicht auch merkt, dass eine andere Politik diese Verhältnisse selbst fundamental verändern muss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.